Als letztes habe ich mich damit beschäftigt, dass sich ärgern nichts bringt. Erklär dich hier seit fast 20 Jahren. Weißt du, was mich fasziniert, ist, wenn ich so langsam dahinter komme, was eigentlich mein Job ist. Also wie es wirklich funktioniert. Dass ich dem Heiko zugucke, wenn er sich ärgert, ihn in Ruhe lasse. Er darf sich ärgern. Und ich muss einfach nur herausfinden, dass sich ärgern nichts bringt. Abstellen kann ich das nicht. Um mir geht es nicht, Heiko. Genau das ist es. Um mir geht es nicht. Der Tattelschritt. Pass auf die einfachsten Sätze. Ich sage jetzt wieder, ich wiederhole es tausendmal. Und jetzt zu Leuten wie die Donis, der ja seit 20 Jahren schon was dabei sind. Richtig massiv. Und vor allem auch jetzt das Alter haben, weil die ja in der Rente sind. Die wissen ja das vorher. Ich weiß noch, wie die Helene auf der Arbeit war die letzten drei Jahre. Wie gesagt, als Schulrektorin, die trinkst du jetzt auch noch rum. Dann ist ja alles ganz anders. Verstehst du? Und dann musst du in die Ruhe. Und nach 20 Jahren kommt irgendwann einmal bei den Hardcore-Leuten jetzt. Und du weißt, ich sage auch einen Gedanken, den wir denken, dass er Dian oder Reda oder Udo mehr verstanden haben könnte wie du. Wenn du uns fängst zu verstehen, wachsen da ein paar aus dir raus, weil es die ersten Spiegel sind. Und was der Doppelschritt sagt ist, dieses, wie oft hast du schon gehört, die Geschichte mit dem blinden Arschloch. Und ich sage immer noch dazu, du wirst merken vom ersten Mal hören, was du 15 bis 20 Jahre braun, bis du das verstanden hast. Das Wesentliche, das ist der, der mir jetzt zuhört. Und solange der, der mir jetzt zuhört, ein blindes Arschloch ist, ist das jemand, der mit etwas nicht einverstanden ist. Und es wird sich am Wesentlichen nichts verändern. Das heißt, sobald du jetzt den Heiko beobachtest, und der ärgert sich, du bist ja der Beobachter. Und du willst jetzt den Heiko das abgewöhnen, weil du merkst, hey, ich mache mir das Leid selber, der Reizauslöser ist ja nicht schuld, das ist ja meine Interpretation, die schuld ist. Bleibst du auf der Ebene des blinden Arschloches. Es wird einem Wesentlichen, des Wesentliches, ein blindes Arschloch, das mit Sachen mit Einverstanden ist, nichts verändern. Wenn du das fertig bringst, mit einem, ich sage einmal, mit einem gemütsamen Lächeln des Buddhas, den Heilgut zu beobachten, wie er sich ärgert, ohne dass du dem das abgewöhnen willst, dreht der Heilungsprozess ein. Ich mache dann auch immer das Beispiel mit dem Führer, wenn du einen Fehler im Führerscheinprüfungsbogen siehst, das wird jetzt zum Beispiel ärgert. Dann freust du dich, dass du den Fehler siehst und setzt dann haben. Und du musst immer wieder schauen, wenn das passiert, dass da ein Reizauslös ist, wo du dich ärgert. Und das Problem ist, wärst du jetzt in einer Prüfung und wärst du ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, würdest du dir in dein inneres Gesicht ein Lächeln zaubern, weil du den Fehler sofort siehst. Das heißt, du bist immer noch auf der Ebene der blinden Arschlöcher. Das ist die Theorie und die Praxis vom ersten Mal hören. Das ist ein Prozess 15 bis 20 Jahre. Und da kann der Udo immer wieder sagen, der Reizauslöser ist einfach nur das Gefühl, entsteht durch die zwanghafte, nicht ahnen muss durch die Interpretation einer Logik. Das macht das Gefühl. Und irgendwann einmal wirst du, du hast an meinem Heiko nichts zu verändern. Ich habe zu meiner Karin zum Beispiel schon damals gesagt, du kriegst das ja voll mit, das ist ja voll da. Ich sage zu Karin immer wieder, du wirst schon mal sehen, wo du hinkommst, wenn du ständig an meiner Karin rumleutelst. Die sind ja gerade die letzten Jahre ziemlich auseinandergegangen, die ist halt so gern. Und halt die beschweiglich, wenn die in den Spiegel schaut oder was, die richtet sich nordenlos auf. Jetzt hat sie ihren Hans noch, der hier zweimal in der Woche ins Sportstudio geht, weil der total aufs Sportlich und aufs Ding ist. Und ich sage immer, das ändert nichts an denen. Da könnt du quälst dich nur, sei, lass es laufen und sei zufrieden, wie du bist. Ja. Das ist eine Selbstüberwindung, eine Mechanismusüberwindung ist das. Aber der Witz ist, du musst es ja nicht abstellen. Die Verwandlung kann ich nicht oft genug sein, dass du irgendwann mal immer mehr begreifst, dass du aufhörst, dich mit einem Gedankenkonferenz zu verwecken. Die Verwandlung ist das.